Jetzt Ecke. Ecke kommt ganz knapp über die Lande. Ah, fast drin das Ding. Was für Kopfball. Schöner war's. Klasse. So, geht ja gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. Da ist die Flanke. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Drüber. Was für ein Kopfball. War das ein Ding, Schöner. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Kein guter Roller. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Jetzt müssen sie aufpassen. Hereingabe. Klasse Pass. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten wir mehr draus machen können. Und jetzt die Chance. Er schießt hier ein eigenes Tor. Klasse. Klasse. Das ist noch eins, dann sind sie wieder drin im Spiel. Tolle Moral in der Mannschaft. Jetzt scheint wieder alles... Der Dauer traurte den Ball weg. Klasse!